Pauf! Heute mal wieder ein... Doof-Movie? Ne, wir sagen nicht Doof-Movie, wir sagen Sau-Doof-Movie. Also, heute mal wieder ein Movie von mir, der Autor, und zwar eine neue Geschäftsidee. Und zwar werden wir in Kürze ein Fitness-Studio aufmachen und wir haben schon angefangen. Wir sind schon voll dabei und ich gebe euch meinen ersten Bericht ab heute. So, hier haben wir es, hier sehen wir es schon. Ich muss natürlich dazu erwähnen, wir sind im Aufbau. Also, wir geben uns Mühe, es ist so, wir haben schon angefangen. Wir haben schon einiges gekauft, aber es muss so noch einiges gemacht werden. Es ist nicht unbedingt viel, aber ihr werdet es gleich sehen. Also, hier ist unser Fitness-Studio. Wie gesagt, ja, im Prinzip ist so, die Wände fehlen nur noch. Der Eingangsbereich, ja, da sind wir noch am überlegen. Das Dach, ja, vielleicht machen wir Open-Air. Ansonsten, die Geräte, ja, die sind auch noch unterwegs, aber alles nicht so wild. Das Wichtigste, was in einem Fitness-Studio nicht fehlen darf, ist der Spiegel. Und den haben wir schon. Ihr seht es hier. Und da freuen wir uns. So, wird unser neues Fitness-Studio. Und wir würden sagen, wir müssen noch ein bisschen was machen. Aber ich schätze mal, in ein, zwei Wochen, Jahren werden wir fertig sein und dann zeigen wir es euch. Bis dahin würde ich sagen, uns gefallen Doof-Movies. Und wir werden ab und zu immer mal eins abdrehen, weil es uns echt Spaß macht. In dem Sinne, freut euch auf meine neue Geschäftsidee. Wie gesagt, wird noch ein paar Jahre dauern. Wir sind ja jetzt zu viert. Eins, zwei, drei, vier. Ihr seht es ja. Also, in dem Sinne, wenn euch meine Doof-Movies gefallen, gern Abo da lassen. Da kracht es sich ja bald weg, ey. Gern Abo da lassen. Dann kommt ein Argument drunter. Und ja. Bleibt ja gesund. Bleibt mir ja treu. Und werdet alle glücklich. Yeah. Zui sprechen. Zui sprechen. Sehr monarchen. Zui criticisms actors in the world around. motivated. Immereyed. prede vino und bleibt.' Deine. Das war an viele interessante Geschwister. Sal prize ein anderes Buch nieuws lanz. Ant marte mit Hayden Besklaes.